Marina von Dittmar war eine deutsch-baltische Theater- und Filmschauspielerin. Leben Marina von Dittmar entstammte dem baltischen Adelsgeschlecht von Dittmar, welches der estländischen und liefländischen Ritterschaft angehörte und ihren Stammsitz auf der Insel Ösel hatte. Ihre Eltern waren Georg von Dittmar, Marine Kapitän und Helene Golowina. Nach dem Schauspielunterricht bei den renommierten Lehrerinnen Lucy Höflich und Ilka Grüning begann sie ihre Schauspielkarriere zunächst am Theater. Nach kurzen Engagements am Schauspielhaus Bremen und dem Alten Theater Leipzig wurde sie 1937 von Eugen Klöpfer an die Volksbühne Berlin geholt, wo sie bis 1941 zum festen Ensemble gehörte. 1933 begann sie als 19-Jährige neben dem Theater bei der DK-Film ihre Karriere als Filmschauspielerin mit einer kleinen Rolle im Henniportenstreifen Mutter und Kind und erhielt danach langsam größere Rollen in Filmen wie Die Tschadarschfürstin mit Hans Sönker, Der eingebildete Kranke an der Seite von Fritz Odemar und Stadtanatol mit Brigitte Horny. In der Bremer Zeitung war im August 1934 nach der Premiere des Films die Tschadarschfürstin über sie zu lesen, sie trug den Löwenanteil des Szenenbeifalls. Marina von Dittmar, voller Kinoromantik mit einem gesegneten Mundwerk, anständig und offen. Durch weitere Rollen in zur Zeit des Nationalsozialismus bekannten Propagandafilmen, wie Legion Condor mit Paul Hartmann und Stukas mit Karl Radatz wurde sie bekannt. Mit dem antisowjetischen Propagandafilm GPU mit Will Quattflieg als Liebespar sowie vor allem als Sophie von Ried Issel in Münchhausen an der Seite von Hans Albers schaffte die knapp 30-Jährige den Durchbruch und wurde zum beliebten Filmstar des Deutschen Reichs. Sie erhielt 1944 eine Tagesgage von 400 Reichsmark und wurde ähnlich entlohnt wie Lise Karlstadt oder Lina Carstens, während die sehr populären Lilda Gover und Marianne Hoppe etwa 1500 Reichsmark-Tagesgage verdienten. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte von Dittmar nur noch in zwei Kinoproduktionen 1950 mit Sibylle Schmitz und Hans Nielsen in Frantischek Caps Krimi Kronjuwelen und 1951 mit Ilse Werner und Paul Klinger in der Komödie Mutter sein dagegen sehr. Danach beendete sie ihre Karriere und zog sich völlig ins Privatleben zurück. 1949 heiratete sie den aus Breslau stammenden Mediziner Hans-Georg Dehnhardt, Chefarzt der »Röhnklinik« und später Eigentümer des Privatsanatoriums »Kurländer Haus« in Bad Kissingen. Sein Sohn und ihr Stiefsohn ist der Dokumentarfilmer Sebastian Dehnhardt. Dank persönlicher Kontakte zur Politik, zum Adel und zur Welt von Film und Theater konnte das Ehepaar in den folgenden Jahrzehnten viele prominente Gäste in seinem Bad Kissinger Privatsanatorium empfangen, wie beispielsweise 1960 das thailändische Königspaar Bumi Bol Aduljadej und Siri Kitt beim Besuch des Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und dessen Ehefrau Wilhelmine. Lübcke war damals zur Kur in Dehnhardt-Sanatorium. Besonders eng war die Verbindung zu Mario Adorf und auch Uschi Glas zählte zu den Freunden der Familie. Von Dittmar lebte bis zu ihrem Tod in Bad Kissingen und wurde auf dem dortigen Parkfriedhof beigesetzt.